Offen gesagt, der Podcast der Stadt Offenburg. Wie bereits in der ersten Folge unseres Podcasts angekündigt, beschäftigen wir uns mit den kleinen und den großen Themen unserer Stadt. Heute geht es um das Thema Phasend. Ja, Sie haben richtig gehört, um die sogenannte fünfte Jahreszeit in unserer Stadt. Aber jetzt ist doch Sommer, kann man sich da fragen. Ja, genau. Und deswegen kümmern wir uns heute um die Phasend. Und ich habe mich so gefragt, was macht eigentlich eine Zunftmeisterin im Sommer? Und Phasend wirklich nur ein paar Wochen im Jahr? Darüber spreche ich heute mit Marlene Wieland. Sie ist seit mehr als 20 Jahren Zunftmeisterin in der Narrenzunft Krabbenatze in Bolsbach. Die erste Zunftmeisterin im Ortenauer Narrenbündnis überhaupt. Und Frau Wieland, es freut mich, dass Sie heute da sind, dass Sie sich die Zeit nehmen, dass wir zusammen ins Gespräch kommen können. Herzlich willkommen. Und vielleicht stellen Sie sich einfach kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal vor. Also erstmal danke für die Einladung. Wenn jetzt nicht unterm Jahr wäre, würde ich natürlich sagen, Narine Rohr, aber das lassen wir alles weg. Ja, ich bin Marlene Wieland. Ich bin 67 Jahre alt. Ich bin seit 22 Jahren Zunftmeister, habe eine Familie, habe zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter und mittlerweile fünf Enkelkinder. Die sind alle natürlich auch in der Zunft, wie sich das so gehört. Das heißt, richtig viel richtig gemacht. Also wenn die Kinder schon alle mit in der Zunft sind. Ja. Und wenn wir uns zu dem Thema mal ein bisschen nähern, was macht man tatsächlich als Zunftmeisterin und vor allem im Sommer? Im Sommer, da gibt es sehr viele Arbeiten. Und zwar, als Zunftmeister schaut man natürlich, da öffnet man den Zunftkeller alle zwei Wochen, damit die Mitglieder in den Keller können, damit man reden kann über die Fastnacht, über die Veranstaltungen, die geplant werden. Den Herrentrunk. Ganz wichtig natürlich. Den Herrentrunk, den 11.11., da machen wir unsere Generalversammlung. Dann haben wir den Vereinsausflüge planen wir und natürlich mit unseren Kindern. Wir haben ja über 40 Kinder und mit denen machen wir jeden Monat eine Aktivität. Also auf den Bauernhof gehen oder sonst irgendwas. Und das haben wir ja vorher schon mal geredet. Also die Kinder sind immer bereit, auch für die Narrenzunft irgendeinen Auftritt zu machen. Den Krabbeflashmob, also wirklich eine tolle Sache. Also gut beschäftigt, man ist die ganze Zeit unterwegs und das macht ja als Zunftmeisterin, aber das ist ja glaube ich auch das Schöne, wenn viele dabei sind, sich mit einbringen, auch das ganze Jahr über, das Thema Zusammenhalt, weil die letzten zwei Jahre auch nicht so einfach. Wir durften Fastnacht und konnten Fastnacht nicht richtig feiern. Das gehört eigentlich zur DNA dieser Stadt dazu. Und insofern viel unterwegs, viel am Organisieren und gleichzeitig schon noch mal die erste Zunftmeisterin. Wie ist denn das so in so einer Männerdomäne? Ich habe die Zunft mitbegründet oder mitgegründet. Und dadurch war ich jetzt schon vorher 22 Jahre Zunftschreiber und bin dann nach 22 Jahren als Zunftmeisterin gewählt worden. Und da hatte ich natürlich schon meine Kontakte überall zu sämtlichen Vereinen. Und das hat mir sehr viel gebracht und dadurch hatte ich eigentlich keine Schwierigkeiten. Es wurden Statuten geändert extra, dass ich als erste Zunftmeisterin zum Beispiel zu den Alpenkräutlern darf oder die Offenburger Vereine laden einen ein. Also man ist gern gesehener Gast als Frau. Ja, sehr gut. So soll es ja auch sein. Ich meine, dass das überhaupt noch ein Thema ist. Aber nichtsdestotrotz, es fällt einfach auf. Und deswegen finde ich es ja auch schön, dass wir uns darüber austauschen können. Gab es da manchmal trotzdem so Momente, wo es schwierig war, eine Tür aufzustoßen? Oder gab es da einfach vielleicht auch einen Vorteil, eben Frau zu sein? Ja, ja. Es gab sehr viele Vorteile, Frau zu sein, würde ich jetzt sagen. Das ist einfach wichtig. Und ich freue mich natürlich auch, dass immer mehr Frauen, also nachdem ich dann geehrt worden bin, immer mehr Frauen diese Position auch eingenommen haben. Sei es in den Dörfern oder im Verband, wenn man daran denkt, unsere Verbandspräsidentin. Ja, das ist natürlich für uns Frauen ganz gut, dass da die Männerdomäne nicht zu stark ist. Absolut. Und wir freuen uns ja alles schon wieder. Und wir hoffen ja jetzt, dass wir tatsächlich dann auch 2023 endlich mal wieder richtig feiern können. Wir wollten ja dieses Jahr schon im Rahmen der Heimattage ja groß, auch international, die Phasen feiern. Jetzt hoffen wir einfach auf nächstes Jahr, dass das auch klappen kann. Wie bereitet man denn eigentlich so eine Kampagne auch vor? Ja, man muss ganz klar Pläne machen, was für Veranstaltungen möglich sind, wer bei den Veranstaltungen aktiv ist, was das eben für Veranstaltungen sind. Wenn es in einer Halle ist, gehen wir zu Umzügen, dann muss man praktisch Rückmeldung geben und sich bei Umzügen anmelden. Ja gut, aber Sie sind ja eine ganz besondere Zunft. Sie sind ja mit schwerem Gerät nämlich unterwegs, gefürchtet bei vielen und trotzdem hoffen ja ganz viele insgeheim trotzdem mal in ihre Fänge zu kommen, nämlich gehängt und gefleddert zu werden. Das muss ja sicherlich auch logistisch vorbereitet werden, oder? Ja, das muss vorbereitet werden. Da muss überlegt werden, wen man an Schimpock hängt und fleddert. Da wollen wir jetzt ja schon mal wissen, wie laufen da die Gespräche so im Hintergrund ab? Die Gespräche laufen meistens, sind es zwei Personen, ich als Zunftmeister, und gehe zu der Person, sprich die an und erkläre, was da alles abgeht. Und ja. Aber wie kommt er da auf die Person, wer wird gehängt und gefleddert? Da tut man schon das letzte Jahr praktisch immer wieder schauen, was bewegt sich in Wirtschaft, im kommunalen Bereich oder sonst wo. Also wer wäre jetzt interessant für diese Prozedur? Und dann eben wird er angesprochen und ja, also ich war glaube ich zwei oder drei, wo ich mit Händen und Füßen reden habe müssen. Also regelrecht davon überzeugen, dass das eher der Richtige wäre. Und ja. Naja, das ist ja meistens schon ein Publikum, also da sind ja hunderte, teilweise tausende von Leuten da, schauen sich das an. Ich glaube auch eine schöne Werbung für die Krabbenatzer. Denn gerade so die letzten zwei Jahre war es glaube ich auch nicht einfach, so die Mitglieder auch immer motiviert dabei zu behalten oder wie war das? Also eigentlich war es schon kein Problem. Also klar, die viele Arbeit, man muss praktisch als Vereinsoberster natürlich gucken, dass es nicht zu viel wird für die Mitglieder. Also wir haben schon Jahre gehabt, da waren dreimal Hängen und Fledern und dann noch Bestrafung. Das ist dann nochmal eine andere Art. Ach so, die kennt ja mein Gegenüber, die Bestrafung. Genau. Und das ist natürlich dann schon, da brauchst du schon Manpower und Frauenpower. Also da muss schon was gehen. Also ich hatte das Glück ja schon zweimal gehängt und geflattert zu werden. Ich glaube, das kommt auch nicht ganz so häufig vor. Ich habe es jedes Mal genossen und muss sagen, ich war froh, dass ich zweimal gehängt und geflattert wurde, weil beim zweiten Mal konnte ich es noch besser genießen. Da konntest du ja so richtig fliegen. Das ist auch was ganz anderes. Das erste Mal bei der Bestrafung. Beim zweiten Mal dann, da kriegst du ein Doppelpfünder um und darfst die Fleddersäckle unters Volk geben. Also da wirst du richtig hochgehoben. Und bei der Bestrafung, das ist halt wirklich... Das ist Strafe. Das ist Strafe. Ja, je nachdem, wenn er sich muckiert, kriegt er noch übers Gesicht. Ja. Ich konnte, glaube ich, fünf Tage nicht mehr aus meinen Augen schauen, weil der Kleister so dick war. Ah ja. Solche Sachen gibt es. Bei euch liegt ja, Sie sind vorher schon darauf eingegangen, im Prinzip phasend im Blut. Und die ganze Familie, wie muss man sich das dann zu Hause vorstellen, wenn dann die harte oder die fünfte Jahreszeit auch kommt. Geht es da Tova, Bohu, alle rein, raus? Oder wie stellt man sich denn das vor? Also ich gehe mal noch weiter zurück. Und zwar, als wir die Zunft gegründet haben, da waren meine Eltern noch mit dabei. Also da hat sich auch viel bei meinen Eltern abgespielt, bei ihnen im Haus. Da hatten wir noch keinen Keller. Und da war es schon so mit der Familie, dass, wenn man zusammengekommen ist, nichts anderes geredet hätte, wie nur phasend, phasend, Krabbenatze und was weiß ich. Also kein anderer Gesprächsstoff war da, weil man einfach am Anfang alles richtig machen wollte. Man wollte das Häs richtig vorbereiten. Man wollte auf Tradition, auf Brauchtum gucken, eben auch auf das Hängen und Flettern, dass das alles gleichzeitig auch ist, dass man nicht Jahre hinterher der Narrenruf, alles das musste einfach stimmen. Und das hätte schon Zeit gekostet. Jetzt muss ich sagen, jetzt ist es so langsam ruhiger. Man kommt gar nicht so dazu. Die Jüngeren, also die Enkel haben die Oberhand. Da spielen die eine große Rolle. Wobei, wenn wir bei einer Veranstaltung sind, da schauen wir schon, dass wir alle mitmachen. Also sei es dann Männerballett zum Beispiel, das ich und meine Tochter einstudieren. Da ist natürlich mein Sohn dabei, der Schwiegersohn und viele, viele vom Verein. Also man hat schon verschiedene Aktivitäten, wo dann auch die Familie natürlich drin ist. Oder bei Umzügen, da rennen die Kleinen dann schon mit. Also es ist wirklich viel. Also das heißt Zunftmeisterin und Balletttänzerin. Ich tanze selber nicht. Ich zeige es nur, wie es geht. Sehr gut. Das muss ich sagen, das hat mir jetzt bisher auch immer Spaß gemacht. Weil, wenn wir das Sonntagsmorgens gemacht haben, dann hätten die Männer auch rückfragen können, wenn sie Probleme hatten. Das habe ich noch so toll gefunden. Dass da wirklich, wenn irgendjemand irgendwas fragen wollte, das war die Gelegenheit. Und dann haben die Männer genau auf die Uhr geguckt. Wenn fünf nach war, dann musste man eine Runde geduppt ausgeben. Und dann könnt ihr euch vorstellen, wie der Sonntag gelaufen ist. Nach zwei oder drei zu spät kommen. Okay, okay. Das heißt, die Beine gingen dann besonders engagiert nach oben. Ja, ja. Im Tanz. Sehr gut. Wie ist es dann aber, wenn, gerade jetzt auch noch mal in der Rolle der Zunftmeisterin in der Zeit, steht ja das Handy überhaupt mal still oder läuft da dann alles zusammen? Ja, da ist schon allerhand geboten. Natürlich, das sind viele Rückfragen. Was ziehen wir da und da an? Gehen wir da im Polohemd? Ziehen wir es heiß an? Müssen wir zu der und der Sitzung die Maske mitnehmen? Also sehr viele Rückfragen natürlich. Aber man ist ja froh darum, dass die nachfragen, weil sonst käme jeder, wie er will. Und eins muss ich mal noch zur Häs-Ordnung sagen. Bei uns ist es ganz wichtig, dass das Häs stimmt. Also Strohschuhe, Häs, Maske und so weiter. Man darf auch das Häs nicht öffnen. Das Häs darf nicht geöffnet werden. Das heißt, man schläft dann auch im Häs. Da kann ich ja nur lachen. Da darf man es dann wieder ausziehen. Da darf man es ausziehen, gerne, natürlich. Und das heißt dann aber, so die Phasenzeit, ich mache das ja auch immer sehr gerne mit. Ich bewundere dann immer die Narren oder denke mir, okay, die Narren haben danach dann wenigstens eine Woche frei. Ich muss dann gleich wieder arbeiten. Hat man als Zunftmeisterin überhaupt mal frei? Ja, man guckt schon auch natürlich, dass man sich erholen kann. Aber gerade nach der Fastnacht, da muss man noch so viel aufarbeiten. Es werden Puppen in die Schaufenster gebracht, also gerichtet. Die muss man dann wieder zurückholen. Ja, es sind halt sehr viele Dinge. Oder wenn wir von irgendwo zurückgekommen sind, ist das ganze Material halt ins Milchhäuslein reingekommen. Vom Schindbock und so weiter. Das muss man dann halt auch wieder an Ort und Stelle bringen. Und auch die Getränke, die ganze Sache natürlich im Keller, so ein bisschen für Ordnung sorgen. Wo nimmt man denn da als Zunftmeisterin denn so die Kraft dafür her? Ich finde es für mich ist wichtig, dass dann genügend da sind, also genügend aktive oder passive, die mit anpacken. Dann macht es mir Spaß. Wenn ich natürlich alleine mit zwei Leuten da stehe, dann wird es zu viel. Aber so, wenn man sich dann wieder trifft und nebenher, jeder hat ja nicht immer was zu tun, noch erzählen kann von der Fastnacht, das ist dann das Richtige. Das macht man dann auch gern. Also jetzt dürfen wir ja, glaube ich, den Zuhörerinnen und Zuhörern auch sagen, wir haben ja zusammen schon ein paar Mal Fastnacht gefeiert, wir beide. Und insofern weiß ich ja durchaus, wir sind ja auch per Du. Deswegen, ich schwenke einfach gerade mal und frage Dich, aus Dir sprüht immer so furchtbar viel Energie, was ich immer wieder beeindruckend finde. Gibt der Verein dann auch so viel wieder an Energie zurück, dass man das auch weitergeben kann? Ja, also gerade jetzt, wenn man irgendwas plant und den Mitgliedern gefällt es dann, also wenn man einfach auch den richtigen an den Schindbock holt oder Umzüge richtig plant, dass man einfach sagt, jawohl, da gehen wir hin, also die Zusage gibt und so weiter. Also wenn man auf das alles achtet, dann sind ja die Mitglieder zufrieden und wenn die zufrieden sind, dann bin ich es natürlich auch. Was Schöneres gibt es nicht, ja. Wir haben ja jetzt in sehr abgespeckter Form oder gar nicht Fastnacht feiern können, jetzt sind wir im Sommer 2022, aber da muss es doch so als eine Zunftmeisterin, da muss es einem doch schon in den Finger jucken, in der Hoffnung, dass jetzt ja nicht Corona wieder irgendeinen Strich durch die Rechnung macht und wir dann im kommenden Frühjahr wieder die Phasen feiern können. Wie arg juckt es in den Fingern denn schon? Das juckt jetzt so langsam nach zwei Phasen dann, die nicht stattgefunden haben, sind wir jetzt alle richtig wild drauf. Also das ist ganz klar, auf unsere Rumple-Bumple-Nacht, die in der Halle in Polsbach ist, die wirklich sagenhaft ist, da machen viele Zünfte ihre Auftritte, auch von Polsbach-Vereinen, die der Musikverein läuft, macht den Einstieg, alle Hesträger hinterher. Wenn du das dann von der Bühne siehst, es ist einfach, da muss ich einfach Freude haben. Und die letzten zwei Jahre gibt es ja nicht, leider Gottes, da haben wir gesagt, wenn es Einschränkungen gibt, machen wir keine Rumple-Bumple-Nacht, weil eine Veranstaltung ist schnell schlecht gemacht. Wenn du Mundschutz brauchst oder nur statt 700, 800 Leute die Hälfte nur reinlassen kannst, es darf nicht getanzt werden, das ist nicht in unserem Sinne, dann verzichtet man lieber drauf. Wir haben andere Veranstaltungen gemacht, so kleine im Dorf, das war wunderbar. Und dann natürlich freue ich mich auf den Narrentag. Der Narrentag ist so toll in Offenburg. Da sind so viele Leute in der Stadt, auch viele Leute, die man kennt und jetzt zum Beispiel auch dich. Du kannst dich natürlich auch freuen vom Rathausbalkon, dass du nicht dran bist, sondern, muss man noch gucken. Muss man noch gucken, ich bin gespannt. Vielleicht hast du auch eine gute Idee und flüsterst mir es nachher ins Ohr. Gebt dir nachher gerne noch einen Tipp vielleicht dazu. Sehr gut. Und dann natürlich auch auf die Heimattage, also auch natürlich auf den Ortenauer Narrentag, ganz klar. Da wirken wir ja auch mit beim Umzug. Man kriegt schon richtig Lust, wenn man die einfach zuhört, hat man schon so richtig Lust auf die fünfte Jahreszeit. Wir freuen uns über die Sonne jetzt und hoffen natürlich, dass wir am Narrentag und bei den ganzen Fasnachtsveranstaltungen, dass wir da auch schönes Wetter haben, dann macht es noch mehr Spaß. Aber ich finde auch, Fasnacht ist so etwas Schönes, das bringt die Menschen einfach zusammen. Und deswegen bin ich da auch den Zünften sehr, sehr dankbar, dass sie uns unterstützen oder dass sie durch ihr Tun die Menschen zusammenbringen auf ganz andere Art und Weise. Ich freue mich natürlich auch noch auf eine besondere Veranstaltung. Oh. Und zwar, Veranstaltung nenne ich es mal, und zwar ist es jedes Jahr morgens am schmutzigen Donnerstag. Genau, genau. Da geht unsere Stadtgruppe mit beim Umzug zum Fasenteifel. Und ich muss sagen, letztes Jahr doch nicht, vor zwei Jahren oder drei Jahren ist es her, waren wir über 30 Leute. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Die ganze Stadt in Nachthemd, mit Lichterketten um, mit Fahnen sogar von der Stadt. Es ist einfach, das muss man sich mal vorstellen, fängt von klein an und hat sich dann gesteigert. Und dann freue ich mich natürlich nicht nur auf das, sondern auch, dann gibt es Kaffee und Leckereien von unserem OB, von unserem Marco. Oh, das ist halt eine tolle Sache, also wirklich. Ja, vielen Dank. Das ist auch immer wirklich was Besonderes. Der ganze Lindenplatz und alles ist ja voll. Die Leute sind gut drauf, unterwegs, viele Kinder mit dabei. Also ich schätze das auch sehr. Und ich bin wirklich dankbar für diese Möglichkeit, auch der Begegnung, die man da hat, an ganz unterschiedlicher Stelle. Wenn wir schon so ein bisschen bei verschiedenen Orten in Offenburg auch sind, würde mich natürlich auch interessieren, hat die Zunftmeisterin auch einen Lieblingsort in Offenburg? Ja, ganz gut gefällt mir der Marktplatz, weil da immer was los ist. Da ist Musik, da sind gute Wirtschaften, wo man mal wieder was Feines zu sich nehmen kann. Dann natürlich finde ich auch den Platz der Verfassungsfreunde sehr schön. Das ist ja ein Platz, den ich früher mal bei meiner Arbeit auf dem Kulturbüro vermietet habe. Und das ist natürlich auch ganz toll, da sind wir auch mittags immer im Borowski draußen gesessen. Das sind alles so Erinnerungen und das gefällt mir natürlich jetzt auch noch, dorthin zu gehen und dann zu sagen, jawohl, da waren wir jeden Mittag und haben sich fast nicht verabschieden können von dem Essen und von dem schönen Sitzen im Freien. Das hört sich doch perfekt an. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt die Zunftmeisterin fragen darf, ob es auch eine Lieblingsveranstaltung in Offenburg gibt. Wahrscheinlich die Phasen, oder? Ja, auf jeden Fall die Phasen, natürlich, klar. Ich habe jetzt noch an was Musikalisches gedacht. Also jetzt gerade dieses Jahr war natürlich die Susi Quattro. Also wenn so jemand kommt, da bin ich dann nicht mehr zu halten. Also da geht es dann ab. Die hatte Power, die hatte Power. Frau mit über 70, unglaublich Power. Die hatte Power. Den nehme ich mir als Vorbild. Ich glaube, ihr wärt ziemlich ähnlich, ihr zwei. Danke. Beiden viel Power und in keinster Weise sieht man das da an, dass die sechs, beziehungsweise bei der schon die sieben davor steht. Wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, wir sind dieses Jahr ja im Heimattagejahr. Wir feiern Heimat, Freiheit, Europa in unserer Freiheitsstadt, in Offenburg, im Herzen Europas. Was verbindest du denn mit dem Thema Heimat oder was bedeutet das für dich? Ja, für mich bedeutet Heimat diese Heimat, die ich zu Hause habe, also wo ich wohne. Ich finde es sehr wichtig für Menschen, dass sie eine schöne Heimat haben. Also einfach, dass man glücklich ist, dort wo man ist und Heimattage war auch jetzt, da haben wir ja auch mitgewirkt. Bei der Einweihung vom Gustavweg, da sind wieder alle zusammengekommen, auch viele vom Dorf, viele von den Nachbargemeinden und haben eben ein Fest gefeiert. Dann ist ja am 10. und 11. September ist der Freiheitstag, da werden wir auch dann von der Ortsverwaltung Bolsbach, also von der Gemeinde her, die nachher zu uns dort einen Stand machen und einen Biwak. Also Heimat bedeutet sich auch immer natürlich zum einen, wo ich wohne, wo meine Familie ist, wo ich mich wohlfühle, aber ich höre bei dir immer wieder raus, auch dort, wo ich mich mit einbringen kann. Weil es ist ja ganz viel, was ihr euch und du dich persönlich auch einbringst in diese Heimat, in diese Gemeinschaft auch. Dafür sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, auch herzlichen Dank für das erfrischende Gespräch und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, man konnte durchaus raushören, dass eine Zunftmeisterin im Sommer auch viel zu tun hat, dass es in den Fingern schon kribbelt. Könnte jetzt mein Rumpelbumble, darf ich ja sagen. Ja, natürlich. Nur nicht, Torino. Also. Dann mal los. Rumpelbumble, hol der Stock, rumme Hörner, hätte Bock und eine schiefe Fratze, hätte Krabbenatze. Ich habe jetzt auch gleichzeitig Blickkontakt mit unserem Marco. Er hätte es noch nicht gelernt. Aber das werde ich ihm noch beibringen. Ich kenne es, ich kenne es ja. Aber du hast jetzt so fasziniert gesprochen, du hast mir glatt die Sprache verschlagen. Also insofern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, das war sehr authentisch, dass Phasen das ganze Jahr lebendig ist. Und das ist der Marlene Wieland, jetzt schon in den Fingern zippelt und zappelt und sie sich freut als Zunftmeisterin auf die fünfte Jahreszeit dann in 2023. Vielen herzlichen Dank für das offene, das erfrischende Gespräch. Und wir freuen uns, glaube ich, zusammen mit allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen auf eine tolle fünfte Jahreszeit dann in 2023. Ich freue mich natürlich auch, dass du mich auserwählt hast. Finde ich ganz, ganz toll. Super, vielen Dank. Sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, freuen Sie sich einfach auf die nächste Episode. In nicht allzu langer Zeit werden wir wieder einen ganz tollen Gast in dem Fall bei uns haben. Und ich freue mich jetzt schon drauf und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag.